Hi und Willkommen! So, ich habe da was, was ich schon wirklich sehr, sehr, sehr lange in meiner Sammlung habe. Ich glaube mittlerweile schon fast über zwei Jahre, vielleicht sogar noch länger, und habe nie diesen Film geöffnet. Ich habe ihn zwar schon gesehen, weil ich ihn auf einer Amory habe, aber ich einfach diesen Film, also die Edition einfach mega finde, aber ich mich jetzt mal entschlossen habe, den Film mal zu öffnen, will ich euch das Ganze hier einmal vorstellen. Es geht hier um Sicario und der Film ist einfach unglaublich gut. Also ich finde persönlich gesehen den ersten Teil etwas besser als den zweiten Teil, aber es sind beide Teile wirklich gelungen und ja, will euch einmal den ersten Teil vorstellen. Und ja, das ist einmal die Edition, das ist die Vorderseite, einmal hier den Spime, dann haben wir hier den Filmtitel und dann halt den Filmverleiher und einmal die Rückseite, aber ich öffne das Ganze mal, um die volle Pracht vom Stil vorzustellen. Denn es ist ein sehr schönes Stil und das Tolle an der ganzen Geschichte, ich hatte es noch nie ausgepackt, deswegen wird das jetzt hier auch gleich mal eine Premiere. Dann wollen wir das Ganze hier mal aus der Folie rausreißen und ich weiß, dass es sehr hochglänzend ist und dann sieht man das auch schon, es ist wirklich unglaublich schön. Hier nochmal die Vorderansicht und wirklich richtig, richtig schön. Einmal hier das Spime nochmal, also hier den Filmtitel und dann den Filmverleiher. Die Rückseite, das kann man hier einmal abnehmen. So einen kleinen Infozettel, so eine Art Backpaper ist das oder eine E-Jet Card und finde ich diesmal gut gelöst. Naja, ist billig und naja, aber reicht vollkommen aus. Hier einmal die schöne Pracht. Hinten ist nämlich nichts, aber wirklich, es ist ein schönes Stil. Ja, es ist wirklich klasse. Dann öffnen wir das Ganze mal. Hier haben wir noch ein bisschen Werbung drin. Pack ich mal zur Seite. So sieht es geöffnet aus. Das ist einmal hier die Blu-Ray. Ich packe die mal zur Seite. So hier das At Work. Sieht wirklich klasse aus. Hier einmal geöffnet. Ist ein wirklich sehr, sehr schönes Stil. Zu einem wirklich, finde ich persönlich, sehr gut gelungenen Film. Also ich stehe da auf jeden Fall drauf. Ich bin da eh so ein Typ, der halt sich für solche Filme oder für den Bereich, ich sag mal, dieses Genre, ist völlig meins. Da stehe ich total drauf. Und ja, das ist einmal das Stil von Sicario. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Daniel. Und ja, bis zum nächsten Mal.